Und zum Umgang der Politik mit den Protesten der Landwirte hat Thomas Bertner vom Norddeutschen Rundfunk folgende Meinung. Die heutige Reaktion auf den Abschluss der Bauernproteste ist ein Armutszeugnis für die Ampelkoalition. Immerhin hat Christian Lindner den Mut gehabt, sich den Landwirten zu stellen und die Politik der Bundesregierung zu erklären. Aber wie weit SPD, Grüne und FDP von der Lebenswirklichkeit vieler Menschen in diesem Land entfernt sind, hat sich heute auch zum Abschluss der Protestwoche gezeigt. Glaubwürdig ist das für mich nicht. Die Regierung verspricht den Landwirten Bürokratieabbau, baut aber ständig neue, teure Regierungsbürokratien auf. Warum braucht diese Koalition eine ganze Schar zusätzlicher Staatssekretäre, eine sündhaft teure Erweiterung des Kanzleramts, wenn doch angeblich an allen Ecken und Enden gespart werden muss? Olaf Scholz hat in seinem Wahlkampf das zentrale Versprechen abgegeben, den Menschen in diesem Land mit Respekt zu begegnen. Wo ist dieser Respekt, wenn immer neue, schlecht durchdachte Koalitionskonzepte hart arbeitende Menschen zusätzlich belasten? Wo ist der Respekt, wenn Robert Habeck mit immer neuen Videoansprachen versucht, den berechtigten bäuerlichen Protest zu delegitimieren und in die rechte Ecke zu schieben? Wenn weniger rechte Trittbrettfahrer versuchen, die Bauern-Demonstrationen für eigene Zwecke zu missbrauchen, sollte gerade der Vizekanzler das nicht größer machen, als es ist. Robert Habeck hat so weiter Öl ins Feuer gegossen, statt die Gesellschaft zusammenzuhalten. Und auch die FDP steht jetzt am Scheideweg. Viele Bürger haben gehofft, die Liberalen würden in dieser Koalition mit SPD und Grünen für die Interessen des Mittelstandes eintreten. Die Pfiffe vor dem Brandenburger Tor haben erneut gezeigt, dass dieses Vertrauen auch in Christian Lindner und die FDP bei vielen Bauern und Handwerkern verloren gegangen ist. Die Meinung von Thomas Berbner Von heute, die Frieder Intektion und Olaf Bäumeier Bienet Siegende Zwangene